so so und damit herzlich willkommen zu diesem neuen unboxing video hier und zwar habe ich endlich das anniversary edition remastered album keine ahnung wie man das jetzt nennt vom rammstein album sehnsucht und ich würde sagen fange ich einfach mal an hier auszupacken und so steht trackless also die sind quasi also bis hier sind es quasi bemastert und hier haben wir noch 2023 mix machen wir das ganze mal auf sieht so aus sieht schon mal sehr episch aus so ich büsche schon was ein buch sehr geil das ist ja schon draußen deswegen zeige ich jetzt alles weil wenn das ja spät dran welche war hier in frankfurt genau da kam das dann an wo ich in frankfurt war schauen wir mal wie youtube das zulässt mit den bildern da bin ich jetzt echt gespannt gut das ist kein echtes blut hier war sehr viel zu schnell das haben wir schon das war schon mal nein wir haben tatsächlich nur noch hier komplett black city ja ich weiß nicht warum ich das in der kamera sehe naja es vielleicht naja jetzt da ist still was schön sindsucht anniversary edition mehr auch nicht und ja mehr gibt es eigentlich auch nichts zu sagen zu diesem album das ist jetzt zu diesem zu dieser remastered anniversary edition je nachdem wie man das jetzt nennen möchte tatsächlich was das dann auch schon mit diesen kleinen aber feinen unboxing und bis zum nächsten mal peace out und und und